Das heutige Horoskop Wassermann, 15. Dezember 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Machen Sie sich bereit für ein weiteres scharfes Hindernis auf Ihrem Weg. Mentaler Merkur, unser kosmischer Botenplanet des Geistes und der Kommunikation, ist jetzt oben am Himmel eingefroren. Wann immer das passiert, haben wir das Gefühl, dass wir uns in keiner Weise bewegen können. Unsere retrograde Winterphase findet hauptsächlich auf den eisigen Gipfeln des Sternzeichen Steinbock statt. In den kommenden Wochen werden wir alle bemerken, dass wir unsere Hinterlassenschaften und die Art und Weise, wie wir Strukturen in unserem Leben aufbauen, überprüfen, neu bewerten und erneut prüfen. Schnall dich an, um einen tiefen Blick darauf zu werfen, wie deine Beziehungen dich stärken oder zerstören. Warum zweifelst du an dir selbst? Da Merkur heute rückläufig im Steinbock steht, werden sie möglicherweise selbstbewusster. Kleine Dinge bei der Arbeit, die normalerweise keine Rolle spielen, können während dieser Merkur-Rückläufigkeit zu überlebensgroßen Stressfaktoren werden. Einerseits könnte dies Angst auslösen, sodass Sie möglicherweise an Ihren Bewältigungsstrategien arbeiten müssen. Andererseits bemerken Sie möglicherweise Nuancen in Ihrem Arbeitsumfeld, die Ihnen einen neuen Kontext für Ihre paraprofessionellen Beziehungen bieten könnten. Unabhängig davon müssen Sie möglicherweise Ihre Selbstzweifel und Ängste im Auge behalten, um während dieser Rückläufigkeit nicht übermäßig gestresst zu werden. Sowohl die Rückkehr von Venus, dem Planeten des Geldes, in ihren Karrierebereich letzte Woche als auch die direkte Wende von Neptun in ihren Einkommensbereich zwei Tage später erhielten von Anfang an viel Unterstützung, aber auch viel Hype und Intensität. Seitdem hat sich die Lage wieder beruhigt und da Venus erst am Ende des Monats abreißt, ist dies eine Chance, die verbleibenden Wochen dieses Berufsjahres ruhig und zuversichtlich in eine lukrative Richtung zu lenken. Die Planetenausrichtung gibt Ihnen die Möglichkeit, das Exotische in Ihr Leben zu bringen. Denken Sie daran, dass andere Kulturen uns Einblicke in uns selbst geben können, die unser Leben erhellen können. Was auch immer exotisch für Sie bedeutet, probieren Sie es aus. Versuchen Sie, mindestens drei Ihrer Sinne mit etwas Neuem zu stimulieren, Geschmack, Klang, Geruch und so weiter. Das Neue muss nicht die Dinge stören, die Ihrem Leben Struktur und Regelmäßigkeit verleihen. Halten Sie sich an Ihre gewohnten Ernährungsgrenzen und begrüßen Sie gleichzeitig neue Zutaten und Geschmacksrichtungen in Ihrer Küche. Willkommen in der fleißigen Essenz dieses Tages, Dinge geschehen zu lassen. Unabhängig davon, was erledigt werden muss, ist dies sicherlich der Tag, es zu Ende zu bringen. Alles, von alltäglichen Aufgaben wie der Hausarbeit bis hin zu großen Unternehmungen wie der Ausarbeitung der Details für das Fundament Ihres nächsten Wolkenkratzers, wird in viel kürzerer Zeit als an jedem anderen Tag zusammengefügt und abgeschlossen. Machen Sie das Beste daraus und lehnen Sie sich dann an diesem Abend zurück und sind Sie stolz auf alles. Dies ist eine festliche Zeit im Jahr, eine Zeit, in der wir bei der Arbeit, gesellig, mit Familie und Freunden zusammenkommen und der heutige Neumond in Ihrem Freundschaftsbereich stellt dies in den Vordergrund. Dies ist der letzte Besuch des Mondes in Ihrem Bereich der Freundschaft, Teamarbeit und Vernetzung in diesem Jahr und der letzte, bevor die Sonne nächste Woche untergeht. Der Mond trägt dazu bei, dass dies eine wichtige Zeit für Kontakte ist. Dazu gehört die Chance, neue Freunde zu finden, mit alten Freunden in Kontakt zu treten oder einfach das Beste aus diesen zufälligen oder flüchtigen Momenten menschlicher Verbundenheit zu machen. Während das Leben im Vorfeld von Weihnachten und Venus immer geschäftiger wird, bedeutet der Abgang des Planeten der Liebe aus einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops letzte Woche, dass er nicht mehr da ist, um zu helfen, sondern Ihnen den Ansporn gegeben hat, den Geist der Romantik zu bewahren und Abenteuer lebendig. Da der Mond Weihnachten in Ihrem romantischen Bereich verbringen wird, sind die Liebesgütter noch nicht bereit, sich zu verabschieden. Täglicher Planetenüberblick Nutzen Sie die gesteigerte Problemlösungsfähigkeit, die Ihnen der Steinbuckmund verleiht, und befähigen Sie sich, Herausforderungen zu meistern, die Ihnen in der Vergangenheit vielleicht einschüchternd erschienen. Erkennen Sie Ihre innere Stärke, die Ihr derzeitiges Bewusstsein übertrifft. Wechseln Sie im Laufe des Tages vom Geschäftsmodus, um sich abends wieder mit Ihrer sanfteren Seite zu verbinden. Vermeiden Sie es, arbeitsbedingten Stress in Ihr Privatleben zu bringen, da dies Ihre Beziehungen belasten könnte. Ihre ansteckende Energie ermöglicht es Ihnen, innovative Ideen einzuführen und umzusetzen. Entscheidungen, die Sie zuvor umgangen haben, werden sich als entscheidend für die Umsetzung Ihrer Pläne erweisen. Lassen Sie trotz Ihres energischen Vorgehens Vorsicht walten und vergewissern Sie sich, dass Sie die Konsequenzen gründlich verstanden haben, bevor Sie handeln. Überprüfen und analysieren Sie jeden Aspekt methodisch und vermeiden Sie impulsive Handlungen. Behalten Sie in finanziellen Angelegenheiten eine entspannte Haltung bei, während andere möglicherweise Stress und Angst erliegen. Ihr mutiger und ruhiger Umgang mit Situationen versetzt Sie in die Lage, im richtigen Moment zu handeln, was zu gewinnbringenden Ergebnissen führt. Achten Sie darauf, nicht zu viel Selbstvertrauen zu entwickeln, denn Stolz kann Ihre hart erkämpften Erfolge gefährden. Es steht ausreichend Zeit zur Verfügung, um über neue und wichtige Entwicklungen nachzudenken, wobei nur minimale Hindernisse Ihren Fortschritt behindern. Konzentrieren Sie sich intelligent auf die Kernaspekte Ihrer Arbeitsprojekte, vermeiden Sie unnötige Details und gehen Sie Ablenkungen oder Komplikationen aus dem Weg. Ihre gelassene und entspannte Haltung spiegelt sich auch in Ihrem Fitnessansatz wider und zeigt außergewöhnliche Belastbarkeit und Kraft bei energiegeladenen Aktivitäten. Auch wenn Sie sich scheinbar keine Sorgen um die Zukunft machen, sollten Sie auf mögliche Veränderungen vorbereitet sein. Die Rückkehr des Mondes in Ihren Karrierebereich passt strategisch zu Merkurs erstem vollen Tag in rückläufiger Bewegung und bietet sowohl berufliche als auch finanzielle Vorteile. Die Ausrichtung des Mondes auf Merkur und sein freundlicher Aspekt zu Jupiter, der sich derzeit in den letzten Wochen der Rückläufigkeit in Ihrem Einkommensbereich befindet, verstärken den gemeinsamen Fokus auf ungenutztes Berufs- und Einkommenspotenzial. Diese Synchronicität verspricht eine fruchtbare Erkundung der Möglichkeiten in beiden Bereichen. Himmel für heute Während sich der Mond von Ihrem Finanzsektor verabschiedet, bedeutet dies nicht das Ende der gestrigen Neumondeinwirkung, das Bewusstsein und die Dynamik, die es ausgelöst hat, bleiben bestehen. Dieses einzigartige Monderögnis findet regelmäßig statt, während sich die Sonne einen Monat lang auf ihre finanzielle Situation und Geldangelegenheiten konzentriert. Der Solarstrahler erhält diese Bereiche zwar, sorgt aber nicht nur für Rückenwind, es fördert auch die finanziellen Leidenschaften und den Kampfgeist von Mars. Ihre kognitive Beweglichkeit hat sich beschleunigt, sodass Sie schnell Zusammenhänge erkennen und Ihre Gedanken klar und logisch ausdrücken können, begleitet von inspirierenden Geistesblitzen. Die anschließenden Treffen und Diskussionen sind nicht nur produktiv, sondern übertreffen auch alle Erwartungen und tragen entscheidend zum erfolgreichen Abschluss der Veranstaltungen bei. Obwohl Schönheit für Sie wichtig ist, achten Sie darauf, dem Aussehen keine übermäßige Bedeutung beizumessen. Widerstehen Sie der Versuchung, andere nur aufgrund Ihres äußeren Verhaltens zu beurteilen. Wenn Sie Ihr körperliches Wohlbefinden vernachlässigt haben, ist jetzt die Zeit für Korrekturmaßnahmen. Entwickeln Sie einen Ernährungsplan und etablieren Sie ein Trainingsprogramm, um Ihrer Gesundheit Priorität einzuräumen. Pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte, insbesondere zu engen Freunden und der Familie. Vermeiden Sie es, Interaktionen aufzuschieben, denn Ihre Lieben brauchen Ihre Anwesenheit wirklich. Da Sie entspannt mit sich selbst umgehen, wird Sie die Gesellschaft nicht stressen. Ihre positive Stimmung wird wahrscheinlich erwidert, wenn andere in guter Stimmung sind. In der Zwischenzeit beginnt Merkur seinen ersten vollen Tag mit rückläufiger Bewegung in Ihrem Einkommensbereich, gerade als der Mond seinen letzten Besuch in diesem Jahr abstattet. Diese Ausrichtung auf Merkur steigert Ihren finanziellen Scharfsinn und vereint einen scharfen Riecher und ein Gespür für Geld. Der Zeitpunkt ist darauf abgestimmt, dass sich Türen zur Vergangenheit öffnen und zweite Chancen und ungenutztes Einkommenspotenzial bieten. Darüber hinaus verbindet sich diese Verbindung mit Chancen aus der Vergangenheit im Berufssektor und schafft eine synergetische Mischung aus finanziellen Erkenntnissen und beruflichen Perspektiven.